Du stirbst viel zu schnell und damit auch zu oft, bist häufig frustriert und kannst nicht nachvollziehen, wie andere so viel aushalten und trotzdem immer noch so viel Schaden machen können, dich und deine Mitspieler wegrasieren. Dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn heute drehen wir den Spieß um. Heute machen wir dich als Gejagten zum Jäger und sorgen dafür, dass du gegen deine Gegner gut bestehen kannst. Denn ich habe mich endlich mal wieder an meinen Templer angesetzt und habe den für das aktuelle Update und auch für das nächste Update aufs nächste Level gehoben. Ich habe dabei den Build komplett umgebaut und bin jetzt tatsächlich auf Crit umgestiegen. Doch was das bedeutet, das erfährst du im Laufe dieses Videos. Wir schauen uns heute Skills und die Weiterentwicklung dieser an. In welcher Reihenfolge wir die Fertigkeiten am besten auf den Gegner wirken, wie sieht es aus mit Waffenwahl und Sets, was ist mit Championpunkten und vielen, vielen mehr. Das alles hier in diesem Video, deswegen lasst uns nicht lange Zeit vertrödeln, gehen wir direkt rein in die spannenden Inhalte und fangen mit den Fertigkeiten bzw. mit den Morphs, das sind die Weiterentwicklung der Fertigkeiten an. Und da starten wir auf der hinteren Ausrüstungsleiste, denn uns stehen ja zwei Ausrüstungsleisten zur Verfügung, die wir bei diesem Bild hier beide nutzen wollen. Die hintere Ausrüstungsleiste ist unsere defensive Ausrüstungsleiste. Wir haben hier einen Froststab ausgerüstet mit Verteidigend, dazu später bei den Sets mehr. Das heißt also, hier wechseln wir immerhin, wenn wir in brenzlige Situationen gelangen oder aber auch, wenn wir unsere Buffs und Debuffs, also die positiven Effekte, die auf uns wirken, erneuern wollen. Und dementsprechend fangen wir erstmal mit den zwei unter anderem wichtigsten Sachen an. Und zwar mit dem kleinen und größeren Rüstungsbuff. Und zwar brauchen wir natürlich, wenn wir gegen andere Spieler bestehen wollen, hier mit diesem PvP-Bild, Rüstung und zwar jede Menge, am besten so nah wie möglich ans Rüstungscap rankommen. Denn aktuell befinden wir uns bei Sailor Swords Online in einer Tankmeter. Entweder du bist absolute Glaskanone und machst viel Schaden, hältst aber gar nichts aus. Oder du bist Tank, hast über 32.000 Leben oder gar mehr und hältst dementsprechend sehr, sehr viel aus. Es gibt eigentlich nur die zwei Extreme, dazwischen ist aktuell leider relativ wenig vorhanden. Ja und wie erreichen wir das jetzt? Dieser Bild hier ist insgesamt etwas tankiger aufgestellt. Wir fangen erstmal an mit dem Runenfokus, weiterentwickelt zum konzentrierten Fokus. Die Besonderheit an dieser Variante hier ist, dass sie uns Magiker wiederherstellt. Wenn wir uns im Fokus aufhalten, dann werden wir nochmal für einen ordentlichen Zuschlag geheilt. Also generell, wir bekommen jede Sekunde Heilung, egal ob wir in der Rune drinstehen oder nicht. Wenn wir uns allerdings in der Rune drin aufhalten, dann wird die Heilung nochmal exponentiell erhöht. Also richtig, richtig krass. Ja, 200% Heilung kommt dann nochmal oben drauf. Das heißt also in Situationen wie Duellen oder Battlegrounds kann man durchaus probieren, im kleinen Runenfokus drinstehen zu bleiben. Aber das Allerwichtigste an der ganzen Stelle hier, wir kriegen den größeren Resistenz-Buff mit 6000 Resistenzen. Und uns wird auch noch Magiker alle paar Sekündchen wiederhergestellt. Also, den wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Dann rüsten wir den also auf jeden Fall schon mal aus. Ich habe mich dafür entschieden, den hier auf die 2 zu legen. Ein kleinerer Resistenz-Buff darf natürlich auch nicht fehlen als Ergänzung. Den bekommt ihr aus dem Allianzkrieg. Und zwar bekommt ihr den schon nach der Einstiegs-Quest freigeschaltet. Ihr müsst dafür also nicht mal PvP machen. Nennt sich Auflösender Elan. Die Weiterentwicklung von Elan. Hier kriegen wir quasi eine Heilung über Zeit, wobei die sehr, sehr stark ist. Man könnte sie durchaus auch als Burst-Heilung bezeichnen. Und wir bekommen für 20 Sekunden lang den kleineren Resistenz-Buff, der uns 3000 Resistenzen gibt. Den wollen wir also auf jeden Fall auch mitnehmen. Jetzt haben wir schon mal dafür gesorgt, dass wir gebufft werden können. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn der Gegner uns schaden möchte? Wie sorgen wir dafür, dass die negativen Effekte, die der Gegner auf uns legt, von uns entfernt werden? Beziehungsweise wir zum Beispiel Verlangsamungen und kampfunfähig machende Effekte umgehen können? Dazu gehen wir wieder hier zum wiederherstellenden Licht und schauen uns hier das verlängerte Ritual an. Beziehungsweise die Weiterentwicklung von reinigendes Ritual. Das verlängerte Ritual heilt uns alle 2 Sekunden. Nice to have ist eine ziemlich große Fläche, in der man durchaus ganz gut stehen kann. Und die Besonderheit an der ganzen Geschichte ist, sobald wir es aktivieren, werden wir von 5 negativen Effekten befreit an dieser Stelle hier. Den wollen wir also auf jeden Fall mitnehmen. Die andere Variante würde Schaden machen, aber nur 2 negative Effekte entfernen. Es ist hier eigentlich immer die Variante mitzunehmen im PvP, die mehrere negative Effekte entfernt. Die würde ich als insgesamt sehr viel stärker ansehen. Dann wollen wir noch den Effekten entgehen, dass wir kampfenfähig gemacht werden können. Dazu ist die Psychic-Gilde vonnöten, denn die Psychic-Gilde hat einen besonders starken Skill, nennt sich gegen die Zeit. Ich habe allerdings auch gleich noch eine Alternative für euch, falls ihr das Summerset DLC nicht besitzt, dann bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen dran. Wir kommen gleich noch zu Skills, die man austauschen kann. Gegen die Zeit ist die Weiterentwicklung von Beschleunigung. Und die Besonderheit hieran ist halt eben, dass wir erhöhtes Lauftempo bekommen, mehr kritischen Schaden für einen kurzen Zeitraum machen und für 4 Sekunden gegen verlangsamende und bewegungsunfähig machende Effekte immun sind. Also ein ziemlich mächtiger Skill, in dem ziemlich viel drin steckt. Des Weiteren, wenn wir den ausgerüstet haben und uns auf der hinteren Leiste befinden und blocken, bekommen wir ab und zu einen kleinen Schadenschild gutgeschrieben. Auch das, nice to have, sollte man auf jeden Fall alles mitnehmen, insofern man das kann. Jetzt haben wir Sachen, die uns viel über Zeit bringen. Ja, also Sachen, die wir aufrechterhalten können. Wie sieht es denn in richtig brenzligen Situationen aus? Da brauchen wir vielleicht ab und zu mal einen Oh-Shit-Button. Da habe ich jetzt gleich zwei Oh-Shit-Button für euch. Einmal einen, den ihr quasi spammen könnt und einmal einen, den ihr immer nur ab und zu aktivieren könnt. Dazu gehen wir jetzt wieder auf die Templer-Fertigkeiten. Wieder aufs wiederherstellende Licht. Und hier beim wiederherstellenden Licht finden wir die Ehrung der Toten, die Weiterentwicklung von hastige Zeremonie. Wir bekommen hier super, 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 super viel Heilung auf einen Schlag. Ist allerdings auch ein sehr teurer Skill. Ich würde empfehlen, ihn nicht zu spammen, aber manchmal braucht man ihn, um aus brenzligen Situationen rauszukommen. Manchmal führt kein Weg drumherum, wenn man bereits unter 10.000 Leben ist, der Gegner bereits Fertigkeiten auf einen wirken, die sogenannten Exekut-Fertigkeiten, die in Abhängigkeit vom fehlenden Leben mehr Schaden verursachen. Dann kommt man nicht drumherum, auch ein paar Mal mehr Ehrung der Toten zu aktivieren. Deswegen muss man situativ schauen. Heilt nicht nur euch, sondern auch Verbündete. Also dementsprechend unser erster Aus-Shit-Button, den wir durchaus öfters mal anwenden können. Jetzt einer, den wir wirklich in allerletzter Not einsetzen können. Oder wenn wir merken, okay, da kommen jetzt mehrere Gegner auf uns zu. Ich brauche jetzt ein bisschen mehr Power. Der erste Vampirismus-Skill. Und zwar gleich die ultimative Fertigkeit, die ultimative Variante Schwärmender Spross. Die Weiterentwicklung von Blutspross. Blutspross. Schwärmender Spross, unfassbar stark. Gibt uns 10.000 Magiker und Ausdauer mit oben drauf. Ja, also auch das schon mal unfassbar gut. Leben an dieser Stelle natürlich auch. Des Weiteren macht er jede Sekunde Magie-Schaden. Und wir werden für 17% dieses Schadens geheilt. Also dementsprechend super, super stark an dieser Stelle hier. Das heißt, wir haben passive Heilung mit dabei. Wir haben stark erhöhte Stats, Attribute mit dabei. Und die Besonderheit, warum ich das als Oh-Shit-Button bezeichne, ist, sobald wir uns verwandeln, werden wir vollständig geheilt. Das heißt also, mit diesem Bild hier haben wir in Kampf häufig so um die 34.000, 35.000 Leben. Wenn wir jetzt also noch 5.000 Leben haben, diese Fertigkeit hier aktivieren, kommen 10.000 Leben oben drauf. Und wir sind also dementsprechend dann sofort bei 44.000, 45.000 Leben in dieser brenzlichen Situation. Und haben dann auch noch die unfassbar gute passive Heilung an dieser Stelle hier, die wir durch den Fledermaus-Schwarm und halt eben unseren ausgeteilten Schaden bekommen. Und dementsprechend sollte man diese Fertigkeit hier in brenzlichen Situationen auf jeden Fall mit im Repertoire haben. Das ist also unsere defensive Leiste, könnte man jetzt so sagen, auf die wir wechseln, um unsere Buffs aufrechtzuerhalten oder aber um uns zu retten. Kommen wir jetzt mal auf die etwas offensivere Leiste. Hier habe ich, bleiben wir mal beim Thema Ultimate, auch gleich schon die nächste ultimative Kraft ausgerüstet. Und zwar handelt es sich hierbei um die ultimative Kraft der Krieger-Gilde. Und zwar die Weiterentwicklung von Dämmerbrecher, Dämmerbrecher des Zerschmetterns. Die Besonderheit hier dran ist, dass wir den Gegner zwei Sekunden lang betäuben können. Dementsprechend eine gute Fertigkeit für relativ wenig ultimative Kraftpunkte, mit der man dann ordentlich den Gegner in Schwitzen bringen kann, sodass er erstmal ausbrechen muss, bevor er wieder euch etwas entgegenzusetzen hat. Des Weiteren ist diese Fertigkeit ganz gut, denn sie erhöht passiv unsere Magie und Waffenkraft, solange wir uns auf der vorderen Leiste aufhalten. Denn es handelt sich ja hierbei um eine Krieger-Gilden-Fertigkeit. Jetzt wollen wir erstmal den Gegner aus der Ferne zum Schwitzen bringen und dementsprechend bereiten wir den Kampf immer erstmal ein bisschen vor. Dazu gehen wir einmal auf die Zorn der Morgenröte vom Templar und wollen hier die Weiterentwicklung von Rückwirkung, Macht des Lichts freischalten. Ich habe mich hier für die Ausdauervariante entschieden, zum einen um unser Magiker-Ressource-Management ein bisschen zu verbessern und weil ich die Ausdauervariante als insgesamt stärker empfinde. Die heilt uns zwar nicht, so wie jetzt hier beispielsweise das reinigende Licht, aber wir haben hier die Besonderheit, dass diese Fertigkeit halt eben hier kleinerer Bruch zufügt, also die Resistenzen des Gegners nochmal um 3000 verringert, durchaus wie ich finde ganz mächtig. Die wollen wir also dementsprechend auf jeden Fall mitnehmen. Also ziehen wir das Ganze rein in unsere Ausrüstungsleiste. Haben wir den Spaß jetzt hier auf den Gegner aktiviert, wollen wir noch ganz kurz dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen passive Heilung bekommen. Deswegen habe ich dann hier noch lebende Verfinsterung mit dabei, die Weiterentwicklung von Eklipse, lebende Verfinsterung hat mehrere coole Effekte und zwar jedes Mal, wenn wir direkten Schaden erleiden, die wir vom Gegner bekommen, dann rückt die Sphäre sich auf den Angreifer aus und verringert drei Sekunden lang sein Lauftempo um 40 Prozent. Der kann also nicht mehr weglaufen und wir werden um 2300 Leben geheilt und das auch noch ziemlich häufig. Also ziemlich mächtige Fertigkeit, um nochmal ein bisschen passive Heilung mit in den Kampf reinzunehmen. Haben wir das Ganze gemacht, wollen wir erstmal, die Distanz zwischen dem Gegner und uns verringern. Das heißt, so nah wie möglich an den Gegner rankommen. Hierzu habe ich beim edrischen Speer die Fertigkeit niederschlagender Ansturm dabei, die Weiterentwicklung von zu fokussierter Ansturm. Die Besonderheit hierbei ist erstmal an dieser Stelle hier, dass wir den Gegner auch wieder betäuben. Drei Sekunden lang machen wir den Kampf unfähig, also ziemlich, ziemlich strong. Und wir selbst bekommen vier Sekunden lang weniger Schaden, zehn Prozent nämlich durch den Effekt größeren Schutz, den wir auf uns selbst legen. Man kann diese Fertigkeit also durchaus auch im Kampf öfters mal wirken. Man sollte sie jetzt nicht spammen, weil sie macht nicht so unfassbar viel Schaden. Aber man kann sie immer mal wieder wirken, um den Gegner kampfunfähig zu machen und halt eben um die zehn Prozent weniger einkommenden Schaden mitzunehmen an dieser Stelle hier. Also ein ziemlich wertvoller Skill, unser sogenannter Gap Closer, weil er den Bereich zwischen uns und dem Gegner schließt. Darüber hinaus haben wir dann unseren Hauptschadenskill, und zwar den durchschlagenden Schwung, die Weiterentwicklung von durchschlagender Hiebe. Auf jeden Fall die Variante mitnehmen, denn die andere Variante kostet Ausdauer. Diese Besonderheit hierbei ist, auch hier werden wir passiv geheilt für einen Anteil des Schadens, den wir da verursachen. Dementsprechend, wenn wir Schaden machen, kriegen wir auch noch passive Heilung. Das in Kombination mit den Sets. Das ist der Grund, warum ihr bis zum Ende des Videos dranbleiben solltet. Eine sehr mächtige Waffe des Templers und sehr einsteigerfreundlich. Explodiert dann irgendwann unser Macht des Lichts, dann haben wir den Gegner vielleicht schon ein bisschen mit dem Ansturm und den durchschlagenden Schwung ins Schwitzen gebracht. Der hat vielleicht schon über 50 Prozent seines Lebens verloren, im Idealfall sogar über 60, 70 Prozent seines Lebens. Dann ist er am seidenen Faden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen diesen Faden aber erstmal aufbauen in Form des umgangssprachlichen Beams. Und zwar wollen wir strahlender Ruhm, die Weiterentwicklung von strahlender Zerstörung nutzen. Dieser Beam macht in Abhängigkeit des fehlenden Gegnerlebens exponentiell mehr Schaden, macht auch so schon guten Schaden, ist allerdings eine Fertigkeit, die fast zwei Sekunden lang, also die insgesamt fast zwei Sekunden lang braucht, um richtig reinzuscheppern. Aber die zwingt jeden Gegner in die Knie, der unter 40, unter 30 Prozent Leben ist. Der hat eigentlich dann in der Regel keine Chance mehr, relativ unabhängig davon, wie viel Leben er zur Verfügung hat. Ich habe mich hier für die Variante entschieden, die minimal weniger Schaden macht, dafür allerdings Marker wiederherstellt und auch noch Heilung im Verhältnis zum verursachten Schaden auf mich selbst wirkt. Darüber hinaus gibt es noch eine Variante, die ein bisschen mehr Schaden macht. Die halte ich persönlich für nicht ganz so strong, beziehungsweise ich habe persönlich bis jetzt bessere Erfahrungen gemacht mit der Markerwiederherstellung und der Heilung, die wir da erhalten. Nichtsdestotrotz ist das durchaus auch eine Sache, die ihr nach eigener Präferenz ändern könnt. Meine Builds sind ja immer eine Blaupause, eine Empfehlung. Das heißt also, ihr könnt diese immer als Vorbild benutzen, solltet aber kleine Anpassungen vornehmen, wenn ihr eigene Geschmäcker habt oder halt eben an dieser Stelle hier ein bisschen rumexperimentieren wollt, kann ich das eigentlich immer nur empfehlen. Ich habe mich jetzt aber auf jeden Fall für die Variante entschieden, die heilt. Und damit sind meine Skill-Empfehlungen erstmal komplett. Es gibt jetzt noch ein bisschen mehr, was man machen kann, beziehungsweise es gibt jetzt noch ein paar Sachen, die man austauschen kann. Und zwar, ihr habt vielleicht nicht den Psychic Orden, beziehungsweise Summerset. Dann könnt ihr gegen die Zeit austauschen, ihr seid ja schon Vampir, gegen die Fertigkeit flüchtiger Nebel. Ist ein relativ ähnlicher Skill, das heißt also auch der hier gibt uns erhöhtes Lauftempo, sorgt dafür, dass wir aus brenzligen Situationen rauskommen können. Also ähnlich wie hier das erhöhte Lauftempo und die Immunität gegen Bewegungsunfähigkeit. So ähnlich ist das auch hier sozusagen. Wichtig hier, das ist ein sogenannter Toggle, den muss man an- und ausschalten. Ähm, dementsprechend also, ja, muss man damit ein bisschen rumexperimentieren. Wir können den ja mal ganz kurz ausrüsten. Ach, inzwischen ist es ja kein Toggle mehr, Nevermind, Entschuldigung. Es ist ja inzwischen eine Teleportfertigkeit. Ihr seht also auf dem Boden, wo ihr euch hin teleportiert, da ist so eine gelbe Fläche. Manchmal, ja gut, hier auf dem weißen Untergrund sieht man das nicht ganz so gut. Aber funktioniert ähnlich, ja. Ihr habt auf jeden Fall eine Möglichkeit, aus brenzligen Situationen rauszukommen. Ich persönlich bevorzuge aber auf jeden Fall an der Stelle hier, ähm, die Psychic-Variante. Bin damit wesentlich zufriedener, hat einfach bessere Ergebnisse und ist ein bisschen flexibler aufgestellt von der Fertigkeit an sich. Jetzt gibt es noch ein paar Sachen, die man auch anpassen kann, beziehungsweise wo ich euch ein bisschen Empfehlungen geben möchte. Und zwar möchte ich euch einmal eine Empfehlung geben bei Verfinsterung. Das ist ja nun ein Skill, der nur auf euch größtenteils wirkt. Der macht den Gegner, der verlangsamt den Gegner und heilt euch. Macht aber zum Beispiel keinen Schaden. Ihr könnt auch noch ein bisschen mehr Druck auf den Gegner aufbauen und mehr Schaden über Zeit machen. Dazu würde ich euch hier bei der Magier-Gilde die sogenannte Degeneration empfehlen. Ist ein Skill, der als Schadenskill fungiert und auf den Gegner gewirkt wird sozusagen. Das ist die Weiterentwicklung von Entropie. Ihr macht hier massiv viel Schaden an der Stelle hier. Bekommt nochmal erhöhte Magie und Waffenkraft. Könnt also auch auf andere Tränke wechseln, als die, die ich jetzt hier verwende in dem Video. Kann ich euch nachher nochmal zeigen, was man da so als alternative Tränke verwenden kann. Dementsprechend ziemlich, ziemlich stark. Gibt auch eine Variante, die euch über Zeit heilt. Muss man gucken. Sowohl die Variante, die über Zeit heilt, kann mächtig sein. Dann hat man zumindest ein bisschen Ersatz von der Heilung her, wenn man Verfinsterung nicht mitnimmt. Aber es kann auch interessant sein, hier die Magie und Waffenkraft mitzunehmen und dafür andere Tränke zu nutzen, die die anderen Regeneration erhöht. Also zum Beispiel Ausdauer-Regeneration, Lebensregeneration kann durchaus ganz interessant sein. Da mal ein bisschen rum zu experimentieren an dieser Stelle hier. Ich persönlich habe aber die besten Erfahrungen mit lebende Verfinsterung gemacht. Darüber hinaus spielen auch nicht alle mit Macht des Lichts, denn das ist ein Skill, der sich ja erst so ein bisschen aufbauen muss an der Stelle hier und nicht sofort bei seiner maximalen Stärke ist. Man kann auch hier, um ein bisschen mehr Druck über Zeit aufzubauen, aus den Waffenfertigkeiten, wir nutzen ja hier einen Zerstörungsstab, die die elementare Anfälligkeit mitnehmen, die Weiterentwicklung von Schwäche gegen die Elemente. Die Besonderheit ist hier, dass alle 7,5 Sekunden, alle Statuseffekte, Verbrennen unter kühlen Verwirrung auf den Gegner gelegt werden. Das heißt also, er bekommt Schaden über Zeit und ist noch von einigen anderen negativen Effekten belegt. Ist also durchaus vergleichbar jetzt hier beispielsweise zu Macht des Lichts an der Stelle hier. Und er legt sogar größeren Bruch auf den Gegner, also nicht 3000 verringerte Resistenzen, sondern sogar 6000 verringerte Resistenzen. Was sich natürlich positiv auf eure anderen Schadenskills auswirkt. Nun haben wir ja Macht des Lichts auf der vorderen Leiste hier. Das heißt also, wir müssten ein bisschen umsortieren. Meine Empfehlung ist, wenn ihr jetzt hier euch dazu entscheidet, elementare Anfälligkeit mitzunehmen, nehmt euch vielleicht ein bisschen Heilung mit nach vorne. Also so ein Oh Shit Button kann eigentlich nicht schaden, den auch auf der vorderen Leiste zu haben. So könnte man das dann austauschen, wenn man halt eben sich dazu entscheidet, diesen Zerstörungsstab-Skill mitnehmen zu wollen. Kann man auf jeden Fall machen, ist definitiv eine Empfehlung wert. Aber auch hier finde ich das mit der Explosion ein bisschen cooler und man kann halt so ganz gut timen. Diese Explosion kopiert ja einen Teil des Schadens, den ihr macht und ermöglicht es euch dann sozusagen, den Gegner mit so einer Art Kombi oder Kombo sozusagen wegzubeamen oder beambereit zu machen, wie ich das ganz gerne sage. Da habt ihr auf jeden Fall ganz coole Möglichkeiten. Nun wird der ein oder andere vielleicht nicht von Anfang an den Vampir haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Auch da gibt es erstmal Alternativen. Man muss nicht zwingend mit dem Vampir spielen. Ich würde es aber empfehlen. Warum würde ich empfehlen, mit dem Vampir zu spielen? Das liegt nicht nur an der ultimativen Kraft oder am Nebel, der ganz interessant ist, sondern es liegt vor allem an der passiven Untod, denn die verringert euren erhaltenen Schaden um 30% abhängig davon, wie viel Leben ihr noch habt. Desto weniger Leben, desto weniger Schaden erleidet ihr auch. Ja, es ist ein Fluch und Segen zugleich, denn durch den Vampirismus, und wir wollen ihn ja auf Stufe 3 halten, ne, durch den Vampirismus bekommen wir, ähm, jetzt müssen wir mal ganz kurz umschalten, damit wir uns das besser angucken können. Hier kann man das ein bisschen besser sehen. Vampirismus Stufe 3 sorgt dafür, dass wir, die Lebensregulation ist uninteressant, also es juckt eigentlich nicht, ähm, 13% mehr Flammenschaden bekommen, unsere Fertigkeitskosten sind um 8% erhöht, allerdings ist unsere Vampir-ultimative Kraft dafür ein bisschen kostengünstiger. Ne, also hat Vor- und Nachteile, aber ich würde sagen, die 8% höheren Fertigkeitskosten sind es wert, bis zu 30% weniger Schaden zu bekommen und sich in den Vampir-Spross verwandeln zu können. Dementsprechend kann ich das nur empfehlen. Nun, aber jetzt kommen wir zurück zu dem Thema, warum oder was man machen kann, wenn man das nicht hat. Und zwar könnt ihr hier den Runenschlag mitnehmen als Möglichkeit, das ist eine besonders günstige ultimative Kraft, die kann man auf jeden Fall ausrüsten, ist eine Option. Da es hier allerdings eher um die hintere Leiste geht, also eher um die defensive Ausrüstungsleiste, kann man hier auch die ultimative Kraft des Psychic Orns mitnehmen. Die sorgt dafür, wenn sie ausgerüstet ist, dafür muss sie nicht mal aktiv oder aufgeladen sein, sobald diese Fertigkeit ausgerüstet ist, erleidet ihr 5% weniger Schaden auf der hinteren Leiste. Wenn ihr euch hinten befindet, ist hier eure defensive Leiste, lohnt sich also, macht Sinn, das so zu machen. Und ihr könnt in brenzligen Situationen oder falls ihr gerade viel Ressourcen verballert habt, so eine Art Rückspultaste aktivieren und euch einmal zurücksetzen. Oder wenn ihr im PvP in Cirodil auf einer Brücke seid, könnt ihr die Gegner wie die Lemminge von der Brücke runterlocken und selber runterspringen. Und kurz bevor ihr auf dem Boden aufklatscht, drückt ihr die Rückspultaste und seid wieder oben. Solche lustigen Sachen kann man mit der Fertigkeit machen, ist durchaus ganz cool. Kann man also auch empfehlen, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert an dieser Stelle hier, damit ihr euch was runter vorstellen könnt, wie das dann aussieht. Also wenn ich jetzt hier ganz viel Marika verballert habe, kann ich halt hier zurückspulen, kriege die Marika wieder und bin halt wieder da, wo ich aufgehört habe vor 4 Sekunden. Also man wird halt 4 Sekunden zurückgesetzt, ist durchaus ganz cool, funktioniert nicht immer reibungslos, aber in der Regel schon. Also dementsprechend kann man damit auch eine ganze Menge Schabernack treiben. Aber, was will man schon sagen, wenn man so hier auch rumlaufen kann, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie ihr es seht, aber das finde ich doch deutlich cooler. Aber das ist vielleicht auch eigene Ansicht. Das waren jetzt auf jeden Fall so ein paar Alternativen bei den Skills. Kommen wir als nächstes so ein bisschen zu den Fertigkeitsreihenfolgen. Ich habe euch ja jetzt hier schon so ein paar Tipps gegeben, in welcher Kombination man die Sachen machen kann. Also, bevor ihr in den Kampf betretet, wollt ihr euch erstmal buffen. Das heißt also, ihr aktiviert eure Rüstungs-Buffs, ja, die wollt ihr auch benutzen, wenn ihr außerhalb des Kampfes seid. Das heißt also, wenn ihr irgendwo in Serodil rumlauft, selbst wenn ihr nicht mit Gegenwehr rechnet, haltet eure Rüstungs-Buff aufrecht. Die retten euch das Leben, falls ihr mal zum Beispiel von einer Nachtlinge aus dem Hinterhalt angegriffen werdet, ja. Also, Rüstungs-Buffs immer schön aufrecht erhalten, wenn ihr dann in den Kampf reinkommt, dann durchaus hier mal die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen und den kritischen Schaden. Und dann könnt ihr eure Fläche legen, wenn ihr sagt, okay, jetzt bin ich schon nah am Gegner dran. Dann wollt ihr nochmal lebende Verfinsterung machen, auf den Gegner den Dingens wirken, also hier macht es Lichts, ja. Dann wollt ihr an den Gegner ran sprinten, anfangen mit dem Schaden. Und wenn ihr seht, okay, alles klar, macht es Licht, es explodiert, dann hat das häufig schon so viel Schaden gemacht in Kombination, dass es ab dem Zeitpunkt Sinn machen kann, anzufangen mit den Beamen, ne. Aber wie gesagt, schaltet euch am besten die Lebensbalken des Gegners ein. Wie das funktioniert, erkläre ich euch gerne im Video. Ich hoffe, ich denke daran, euch das hier anzupinnen. Ansonsten googelt gerne mal, beziehungsweise sucht mal bei YouTube nach Oberflächeneinstellungen von Zelda Souls Online oder Interface-Einstellungen, Gameplay-Einstellungen. Dann habe ich ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch, da zeige ich euch, wie ihr euch die Lebensbalken der Gegner anzeigen lassen könnt. Ist im PvP super, super nützlich, vor allem, wenn ihr halt eine Execute-Fertigkeit dabei habt, dann wisst ihr immer, okay, jetzt kann ich den Gegner wegbeamen, jetzt macht es gerade Sinn oder eben auch nicht. Wenn es keinen Sinn macht und der Gegner ja nicht unter 30, 40% Leben gefallen ist, dann erneuert ihr euren Beam und jabbt so lange weiter, bis die Möglichkeit da ist, ihn wegzubeamen. Das ist das Ziel, ihr wollt in unter 40% Leben kriegen. Das ist quasi das Nonplusultra, warum wir das alles überhaupt machen, da wollen wir den Gegner hinbekommen. Was man durchaus auch mal machen kann, wenn man so nah an dem Gegner dran ist, wie jetzt beispielsweise hier, zwischendurch kann es sich lohnen, mal seine Ausdauer auszufüllen, vor allem, weil die schweren Angriffe auch durchaus relevanten Schaden machen. Das heißt also, nutzt durchaus mal zwischendurch die Zeit und baut mal einen schweren Angriff ein, wenn ihr seht, dass ihr nicht so viel Ausdauer zur Verfügung habt, das kann sich auch lohnen. Und wenn ihr seht, okay, ich muss auf die hintere Leiste meine Rüstungs-Bus erneuern, dann baut auch gerne zwischendurch mal einen schweren Angriff ein mit eurem Forststab, der regeneriert Magiker. Ja, dementsprechend auf jeden Fall auch hier das Ressourcenmanagement mitnehmen. So oder so zwischen eure Fertigkeiten regelmäßig leichte oder schwere Angriffe einbauen, denn die sorgen dafür, dass ihr ultimative Kraft regeneriert und die wollt ihr haben, denn in brenzligen Situationen wollt ihr euch gerne in einen Vampir-Spross verwandeln. Ja, dementsprechend ziemlich, ziemlich wichtig. Ja, soweit, so gut erstmal zu der Reihenfolge, wie ich ungefähr vorgehen würde. Kommen wir jetzt zum Thema Waffenwahl, beziehungsweise zu den Sets der Ausrüstung. Auch einen ziemlich relevanten Part, wie ich finde. Ich habe mich zum ersten Mal in der Geschichte meiner Elder Scrolls Karriere für Äxte entschieden. Naja, nicht zum ersten Mal, aber in diesem Falle so gut wie zum ersten Mal. Ich habe mich jetzt hier für Äxte entschieden, denn die Besonderheit an Einhand-Äxten ist, dass sie, wenn wir hier mal in die passiven Fertigkeiten reingehen, dafür sorgen, dass wir mehr kritischen Schaden machen. Und zwar 12% für jeweils beide Äxte. Warum das wichtig ist, erfahrt ihr gleich beim ersten Set, zu dem wir kommen. Auf der hinteren Leiste wollen wir ja defensiver aufgestellt sein. Da habe ich mich für einen verteidigenden Froststab entschieden, weil der Froststab auch nochmal ein paar nette Sachen mit sich bringt. Wichtig hier, ich würde euch persönlich empfehlen, nicht die erste Passive zu skillen vom Froststab, denn die kann dafür sorgen, dass ihr ab und zu mal in nicht ganz so angenehme Situationen kommt. Denn, wenn ihr mit einem Froststab blockt, während ihr die erste Passive geskillt habt, kann es, also dann passiert es, dass ihr Magiker statt Ausdauer verliert, während ihr blockt. Und das ist nicht immer so ratsam, ne? Aber ansonsten darüber hinaus habt ihr halt die Möglichkeit, allgemein verringerte Blockkosten mitzunehmen von Froststab und ihr bekommt weniger Schaden. Solange ihr einen ausgerüstet habt, der ist also für dieses Defensive auf der hinteren Leiste generell sehr zu empfehlen. Macht auf jeden Fall Sinn, den da einzubauen. Jetzt kommen wir zum Thema Sets. Wie habe ich das hier aufgebaut? Die Eigenschaften gehen wir natürlich auch gleich noch durch. Kommen wir erstmal zu dem Grund, warum ich hier Äxte benutze. Und das ist auch der einzige, ich denke, das ist auch eins mit der einzigen Sets, die dafür sorgen, dass Äxte Sinn machen. Also wenn ihr Mechanikblick nicht spielt, machen Äxte in der Regel meistens auch wenig Sinn. Mechanikblick hat die Besonderheit, wenn wir nicht kritischen Schaden verursachen, was vor allem am Beginn des Kampfes sehr wahrscheinlich ist, weil wir haben nur eine geringe kritische Wahrscheinlichkeit, dann bekommen wir einen Stack, eine Krumulation von Mechanikblick und jeder dieser Stacks erhöht unsere kritische Wahrscheinlichkeit um 20%. Bis zu einem Maximum von 5. Das heißt also, wir kommen auf bis zu 100% kritische Wahrscheinlichkeit. Ja, dieser Effekt hält beim Maximum nur 4 Sekunden an, aber er hat ja auch eine Aufbauzeit. Jedes Mal, wenn ihr das verlängert, den Effekt sozusagen, fangen die 4 Sekunden wieder von vorne an. Das heißt also, das ist dann häufig mehr als 4 Sekunden, das sind dann manchmal 5, manchmal 6 Sekunden an der Stelle hier. Also dementsprechend ist durchaus ein Effekt, der eine Weile dauert, nicht nur die 4 Sekunden, die hier stehen. Das Mächtige an der ganzen Stelle ist dann quasi, dass wir eben bis zu 100% kritische Trefferwahrscheinlichkeit bekommen. In der Realität sind wir meistens so bei 75% oder mehr, was aber auch schon mehr als ausreichend ist. Und die kritischen Treffer erhöhen ja unseren ausgehenden Schaden an den Gegnern. Was sie aber auch beeinflussen, ist die Heilung, die wir bekommen. Auch die wird beeinflusst im positiven Sinne, denn auch wir können uns kritisch heilen, was dafür sorgt, dass die Heilung um einiges höher ist. Also dementsprechend macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß mit diesem Set. Das ist ein Crafting-Set, das bekommt ihr aus der Stadt der Uhrwerke. Ihr könnt das also sogar ziemlich einfach herstellen, also aus dem, ähm, Impro, äh, nee, nicht Impro City. Naja, aus der Stadt der Uhrwerke, ich weiß gerade gar nicht, wie das DLC heißt. Schlagt mich tot, Stadt der Uhrwerke heißt es auf jeden Fall nicht. Ähm, Clockwork City DLC, die englische Variante natürlich. Also, hier kann man Mechanic-Blick herstellen, ist auch relativ easy. Ihr seht das, ihr braucht nur fünf Analysen, könnt euch das natürlich auch von einem anderen Spieler herstellen lassen. Das geht alles ganz gut klar an dieser Stelle hier, ja. Mechanic-Blick braucht natürlich fünf Teile, um vollends wirken zu können. Da reichen natürlich nicht die zwei Einhandhexte. Die wirken zwar, oder die gelten zwar als zwei Ausrüstungsteile, aber wir brauchen ja noch ein bisschen mehr. Ja, deswegen habe ich auch noch mittlere Schuhe an, ein mittleres Teil. Dann habe ich noch mittlere Handschuhe an, das zweite mittlere Teil. Und ich habe übrigens auch noch ein drittes mittleres Teil an, also schon mal drei mittlere Ausrüstungsgegenstände. Darüber hinaus habe ich dann noch eine schwere Hose mit dabei, um hier ein bisschen mehr Resistenzen rauszuholen. Denn mittlere und schwere Rüstung, da scheinen sich natürlich in ihren Resistenzen. Und da sieht man jetzt auch schon gleich ein paar Unterschiede, aber zu den Eigenschaften kommen wir gleich nochmal im Detail. Deswegen machen wir mit dem zweiten Fünfer-Set weiter. Das zweite Fünfer-Set ist eigentlich so das Non-Plus-Ultra aktuell. Ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass das nicht nochmal überarbeitet wird mit den nächsten ein, zwei Patches. Und zwar Schlachtrufer. Schlachtrufer erhöht auch hier wieder unsere kritische Wahrscheinlichkeit. Schöne Sache. Nicht ganz so nützlich, weil wir ja eh Mechanic-Blick nutzen, aber trotzdem stark. Und solange wir uns in einem PvP-Inhalt aufhalten, bekommen wir 20 Sekunden lang 300 Magie und Waffenkraft und 1650 kritischen Widerstand. Also super, super, super stark an dieser Stelle hier. Wir müssen dafür nur uns selbst oder einen Gruppenmitglied kritisch heilen, um das auszulösen. Was ziemlich häufig passiert, vor allem weil wir ja auch Mechanic-Blick mit dabei haben. Definitiv keine Seltenheit, aber auch mit den 15% Grund-Krit, die wir haben, keine Seltenheit. Und im Solo ist das natürlich super stark. Im Vierer-Small-Scale, also wenn man in kleinen Gruppen unterwegs ist, ist das auch sehr, sehr stark. Desto größer die Gruppe wird, desto schwächer wird der Effekt. Aber ich würde sagen, selbst in der vollen Server-Gruppe ist es sinnvoll, einen dabei zu haben, der dieses Set hier mit sich rumschleppt. Denn es sorgt dafür, dass wir unfassbar viel kritischen Widerstand bekommen. Wir bekommen also weniger Schaden, wenn der Gegner bei uns kritisch trifft. Und wir müssen dadurch nicht undurchdringlich als Eigenschaft auf unserer Rüstung spielen. Und können auch bei den Champion-Punkten auf kritische Resistenz verzichten. Haben da also ein paar mehr Möglichkeiten, eher offensive Wege zu gehen. Dazu dann gleich ein bisschen mehr, beziehungsweise wir können das alles ein bisschen anders verteilen. Super, super stark. Ist ein PvP-Set, was man aus dem gerechten Lohn bekommt. Kann man aber auch bei Gildenhändlern kaufen. Das heißt also, in jeder größeren Stadt, egal wo ihr jetzt unterwegs seid, könnt ihr mal gucken. Da gibt es immer hier diese Orte, wo so ein Wagensymbol mit Banner im Hintergrund ist. Da kann man mal bei anderen Spielern schauen, ob die das Set verkaufen. Ich spiele das Ganze über zwei Schmuckteile. In diesem Falle jetzt hier einen Ring und eine Halskette. Dann habe ich noch einen leichten Gürtel. Denn es handelt sich dabei um ein leichtes Rüstungsset. Ist passend, weil ich würde euch empfehlen, auch hier die Verteilung ungefähr nachzubauen. Der Gürtel ist das Rüstungsteil mit am wenigsten Resistenzen. Macht also Sinn, wenn man ein leichtes Rüstungsteil spielen möchte, das auf dem Gürtel zu platzieren. Also dementsprechend hier auf jeden Fall unser einziges leichtes Rüstungsteil in dieser ganzen Kombination. Fehlt uns natürlich noch zwei weitere Rüstungsteile. Denn wir spielen Schlachtrufer nur über die hintere Leiste. Wir wollen da also auch regelmäßig mal drauf wechseln. Die hintere Leiste, da haben wir jetzt einen Froschstab des Schlachtrufers ausgerüstet. Ist eine Zweihänderwaffe. Dementsprechend gilt auch diese als zwei Setgegenstände sozusagen. Und dementsprechend immer wenn wir hinten sind, wird Schlachtrufer ausgelöst. Immer wenn wir vorne sind, wird Mechanikblick ausgelöst. An dieser Stelle hier wollen wir also darauf achten, dass wir auch regelmäßig nach hinten wechseln, um unsere Buffs zu erneuern und uns den Effekt von Schlachtrufer abzuholen. Jetzt habt ihr vorhin schon das Monster-Set gesehen und konntet hier schon so ein bisschen luken. Das Monster-Set hier trage ich, um mein Ressource-Management ein bisschen zu verbessern. Es gibt auch noch Alternativen, womit man noch mehr Schaden machen kann, die ich schon ein bisschen ausprobiert habe. Also Balog beispielsweise oder Saan, wenn man jetzt noch mehr Schaden machen möchte. Aber ich brauchte auf jeden Fall ein bisschen Ressource-Management. Da hat sich Roxa ganz gut herausgestellt. Also Roxa ist ein Monster-Set, was man aus einem relativ neuen Dungeon bekommt und zwar Balsunar. Das ist der Dungeon, der hier unten rechts ist in den Steinfällen. Das gibt uns massige Regenerationen, vor allem desto länger der Kampf hält. Und wann brauchen wir die Regeneration? Ja häufig erstmal, wenn wir Ressourcen verwendet haben. Und dazu müssen wir erstmal im Kampf sein. Das heißt also, es klingt jetzt irgendwie nicht ganz so stark, das Set, dass man erst nach 30 Sekunden 240 Magie und Waffenkraft bekommt. Ihr müsst bedenken, die wird nochmal durch die Tränke, äh nicht Magie und Waffenkraft, sondern Regeneration, Entschuldigung. Ihr müsst bedenken, dass die auch nochmal erhöht wird durch eure Tränke. Und ihr ja auch nochmal durch den ersten Gegenstandseffekt permanent erhöhte Regeneration bekommt. Aber ich sag mal so, 30 Sekunden sind wirklich nicht viel. Und das ist 1-Fix-3 aufgebaut. Mit dem Bild hier bleibt ihr auch lang genug am Leben, dass euch das was bringt. Und wie gesagt, ihr braucht die Regeneration ja häufig erst im fortgeschrittenen Kampf, weil erst da habt ihr ja schon Ressourcen verballert. Dementsprechend auf jeden Fall meine Empfehlung hier. Dann haben wir jetzt noch zwei weitere Rüstungssets, von denen wir nur einen Teil tragen. Und zwar haben wir hier einmal ein Teil Auszubildender. Das Coole an diesem Setteil hier ist, das ist ein sogenannter, ein sogenannter, ein Name-Set-Item. Also es hat einen bestimmten Namen, galante Kette nämlich. Man bekommt es nämlich durch eine Quest und zwar im perfekten Zustand. Das heißt also, man bekommt das Gleiche verstärkt. Man muss nicht noch irgendwelche Eigenschaften ändern. Wir wollen das auch im Verstärkt haben, denn wir wollen aus dem Torso das stärkste Rüstungsteil so viel wie möglich Resistenzen rausquetschen. Und das erreichen wir halt eben, wenn das Ding verstärkt ist. Und wenn ihr das auch einfach so erspielen wollt, müsst ihr einfach mit einem neuen Schar nach Bethnik gehen. Und wenn ihr in Bethnik quasi die Quest durchgespielt habt und euch auf den Weg macht, automatisch nach Stross-Mekai, das ist dann quasi die Reihenfolge der Quest, bekommt ihr als Quest-Belohnung halt eben an dieser Stelle hier schon diesen perfekten Gegenstand. Müsst euch den nicht mehr von anderen Spielern kaufen. Falls man sich den erfarmen möchte, dann einfach in die Startgebiete gehen, wie gerade gezeigt, zum Beispiel Bethnik und Stross-Mekai. Gibt natürlich auch noch Ölfölz, Barfolien und so weiter und so fort. Und Kenatis Rast. In diesen Startergebieten droppt das Set Auszubildender, gibt uns mehr maximales Leben, was wir auf jeden Fall brauchen. Was uns auch maximales Leben gibt und sehr ähnlich ist zu unserem Monster-Set, ist Fede des Todbringers. Das einzige Set bei diesem ganzen Aufbau hier, wo ich noch ein bisschen am Rumexperimentieren. Dieses Set gibt uns, sobald wir knapp eine Minute im Kampf sind, also nach einer halben Minute, bekommen wir ungefähr plus minus 1400, 1500 Leben, Magikern und Ausdauer. Wenn wir gar bei einer ganzen Minute im Kampf sind, maximiert sich dieser Effekt auf ungefähr 2800 Leben, Magikern und Ausdauer. Also dementsprechend bekommen wir sehr viele Stats durch dieses Set. Unfassbar viele Stats durch dieses Set. Und das Geile ist, es ist sowohl offensiv als auch defensiv. Offensiv, weil die erhöhte Magikern unseren Schaden erhöht. Defensiv, weil uns mehr Außer zum Ausbrechen zur Verfügung steht und mehr Leben, um uns mehr Fehler zu verzeihen oder halt eben Puffer zu haben, um uns zwischendurch immer mal wieder heilen zu können. Also dementsprechend, ich finde das unfassbar mächtig. Ich habe jetzt davor lange Zeit lang ein anderes Monster-Set gespielt, und zwar Wicklung der Seeschlange. Das ist eine Kette. Da habe ich dann also einen Ring, einen weiteren Ring des Schlachthofers gespielt und habe dann die Wicklung der Seeschlange als Kette ausgerüstet. Das Set macht insgesamt mehr Schaden. Also ihr habt auf jeden Fall mehr Momente, wo ihr mehr Schaden raushauen könnt. Aber ihr seid 40% langsamer unterwegs. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen mit Fete des Todbringers gespielt. Ich glaube persönlich, dass ich lieber auf ein ganz kleines bisschen Schaden verzichte, und trotzdem aber mobiler unterwegs bin. Weil so kann ich besser aus Flächen rauslaufen, sterbe nicht so schnell, kann besser Gegnern hinterherlaufen, was dafür sorgt, dass ich sie vielleicht eher töte. Also da bringt mir dann auch der Schadenboost von Wicklung der Seeschlange nichts. Also da muss man mal ein bisschen ausprobieren. Da könnt ihr auch ein bisschen ausprobieren, was euch am besten gefällt. Es gibt auch noch einen weiteren Ring, der durchaus interessant ist. Den habe ich bis jetzt noch nicht getestet, weil ich zu faul war, mir den zu erspielen. Der gibt euch gar keine defensiven Vorteile, also keine Ausdauer, kein Leben. Nur offensive Vorteile gibt er euch. Und zwar nennt er sich Makynring. Auch ein Mythic Item, auch ein Ring. Den könntet ihr also eins zu eins austauschen, quasi einfach mit der Fete des Todbringers. Und der gibt euch 200 Magier und Waffenkraft und 2300 Rüstung. Wobei er gibt euch ja in dem Falle, ich dachte das ist Rüstungsdurchdringung, Entschuldigung. Also er gibt euch sogar Defensive und Angriffskraft. Und ja, was da nun wirklich besser ist, wie gesagt, ich erspiele mir den mal demnächst. Ich glaube persönlich, dass man mit Fete des Todbringers ein bisschen besser unterwegs ist. Zumindest jetzt hier auf diesem Templer-Bild. Aber der Makynring kann als PvPler in der Regel nicht schaden. Der ist auch so ziemlich, ziemlich stark. Dementsprechend spielt euch den ruhig und probiert mal ein bisschen aus, was ihr am besten findet. Das sind die drei Optionen, die ich euch in die Hand geben würde. Also Makynring, Fete des Todbringers, Wickling der Seeschlange können alle drei sehr interessant sein. Jetzt haben wir ja hier schon so ein bisschen über Alternativen gesprochen. Vielleicht sprechen wir, bevor wir weiter über Alternativen sprechen. Wenn ihr jetzt also keinen Schlachtrufer habt oder sowas zum Beispiel. Oder vielleicht auch halt kein Roxa. Bleibt auf jeden Fall dran. Gebe ich euch gleich noch ein paar Alternativen an die Hand. Sprechen wir jetzt erstmal vielleicht über die Eigenschaften und Verzauberung, bevor wir zu den eigentlichen Alternativen kommen. Verzauberung ist relativ easy an der Stelle hier. Wenn ihr nicht so viel Gold habt und generell noch neu im Spiel seid, tut Lebensglüfen auf die großen Rüstungsteile drauflegen. Die großen Rüstungsteile sind Kopf, Torso und Hose. Macht da gerne Leben drauf. Desto mehr Leben ihr habt, desto mehr Fehler werden euch verziehen und desto mehr Spielraum habt ihr mit eurer Heilung. Weil ihr könnt ja nur heilen, wenn ihr bereits Schaden bekommen habt. Anders bei Schadensschilden, die euch ja im Voraus schützen. Dementsprechend kann es sich durchaus lohnen. Ich habe jetzt hier die relativ teuren prismatischen Glyphen drauf. Kann man über Gildenhändler kaufen oder sich beispielsweise für Telvastan in der Kaiserstadt holen. Die geben mir Leben, Malka und Ausdauer. Würde ich langfristig auch empfehlen. Da könnt ihr einfach mehr Stats rausholen. Das bringt euch am Ende mehr. Die kleinen Rüstungsteile, da würde ich ein bisschen sparsam bleiben. Die würde ich mit Malka verzaubern. Das heißt also Schulter, Handschuhe, Schuhe und Gürtel mit maximaler Malka. Da seid ihr ganz gut mit unterwegs. Bei den Eigenschaften auf der Rüstung habe ich mich für eine Mischung entschieden. Ich habe ein Teil in göttlich, erhöht unseren Schaden. Wir kommen später noch zum Mundestein. Dann habe ich die drei großen Rüstungsteile, die ich in Schwert trage. Sprich also, man kann beim Kopf und bei den Schultern übrigens variieren. Der Kopf wird zwar als großes Rüstungsteil angesehen und ist deswegen für Glyphen interessanter. Aber die Resistenzwerte von Kopf und Schulter sind identisch. Das heißt also, ob ihr jetzt einen schweren Kopf oder eine schwere Schulter habt, macht keinen Unterschied. Also, falls ihr zum Beispiel das Monsterset andersrum bekommt, einen schweren Kopf und eine mittlere Schulter, spielt die ruhig. Macht keinen Unterschied. So, also, dementsprechend habe ich hier eine schwere Schulter in Verstärkt, um mehr Resistenzen rauszuholen. Einen schweren Torso in Verstärkt, um mehr Resistenzen rauszuholen. Und eine schwere Hose in Verstärkt, um mehr Resistenzen rauszuholen. Das leichte Rüstungsteil war ja unsere Scherpe. Und die anderen drei Rüstungsteile sind mittel. Kopf und so weiter und so fort sind mittel. Hier habe ich einen Passgenau. Passgenau konzentriert sich nicht auf den Rüstungswert. Deswegen lohnt es sich, das eher hier raufzulegen. Ich habe überlegt, ob ich noch einen Teil in göttlich umändere. Also, zwei Teile göttlich, zwei Teile passgenau. Aber ich glaube, ich bin mit drei Teile passgenau zufrieden. Ich mag es regelmäßig, auch mal Ausweichrollen machen zu können. Also, mit Passgenau bin ich sehr zufrieden. Wir brauchen kein Undurchdringlich. Wir brauchen keine kritische Resistenz, weil die bekommen wir ja schon über Schlachtruf. So. Bei unserem Schmuck bin ich all in gegangen. Alles auf erfüllt. Eine Glyphe mit Magikaregeneration. Zwei Glyphe mit Magie und Waffenkraft. Ich persönlich finde das den besten Mix. Wenn man mehr offensiv sein möchte, kann man aber auch gerne drei Magie und Waffenkraft Glyphen spielen. Geht theoretisch auch. Ich finde so ein bisschen ausgeglichener, komme so mit meinem Ressourcenagement persönlich besser klar. Dann haben wir hier einmal eine Nürn geschliffene Hauptwaffe. Bei den Einhandwaffen ist wichtig, dass die Haupthand Nürn geschliffen ist. Also, die darf nicht rechts liegen. Die muss links liegen, wenn sie Nürn geschliffen ist. Und eine Flammenglyphe. Denn wir spielen ja nicht mit elementarer Entzug. Auf der zweiten Waffe habe ich an dieser Stelle hier eine geschärfte Waffe. Würde ich auch prinzipiell besser als geladen und präzise ansehen. Weil verringert die Resistenzen der Gegner oder sorgt dafür, dass wir Resistenzen ignorieren können. Und ich habe eine Marke-Absorptions-Glyphe. Auch nochmal zum Schaden machen und um ein bisschen mein Marke-Ressourcen-Management zu verbessern. Spielt ihr jetzt mit elementarer Entzug, den Skill, den ich vorhin gezeigt habe, würde ich euch keine Flammenschaden-Glyphe empfehlen, weil ihr habt den Verbrennen-Status-Effekt ja schon über die Fertigkeit. Dann würde ich euch hier eher eine Gift-Glyphe empfehlen. Tauscht die dann also ruhig aus. Dann habt ihr noch einen weiteren Status-Effekt mit dabei, der nicht abgedeckt ist. Auf der hinteren Leiste spielen wir einen Verteidigenden-Zerstörungsstab. Ja, nicht erfüllt. Ich finde Verteidigend hier wesentlich besser. Und der ist belegt mit einer Berserker-Glyphe, der Magie und Waffenkraft. Dementsprechend immer mal wieder einen leichten oder schweren Angriff zwischendurch machen mit dem Zerstörungsstab, damit ihr von diesem Effekt profitieren könnt. Denn ihr nehmt das dann natürlich auch mit auf die andere Ausrüstungsleiste, sobald der Effekt sich einmal aktiviert hat. Und kommen wir zum Thema Alternativen. Aber jetzt sagt ihr, boah, du hast so schnell gesprochen und jetzt hier das Ganze ist irgendwie undurchsichtig. Ich bin irgendwie nicht mitbekommen, was ist jetzt hier passgenau, was ist jetzt hier geschärft, was ist jetzt hier verstärkt und warum und wieso und weshalb. Dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Es gibt nämlich bei mir auch schriftliche Bills. Und zwar möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken bei all meinen Patreons, die mir die Videos hier ermöglichen. Dickes Dankeschön vor allem an Aquarian Academy, Bernd W., Eiswindchen, Seppal, Kebi, Carsten Lehmann, Andri, God of War, Zaytef und Nessui. Dickes, dickes Dankeschön auch an alle anderen Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht es mir an dieser Stelle hier diese Videos für euch zu machen. Von daher gibt es für euch auch schriftliche Guides. Und zwar sowohl für YouTube-Kanalmitglieder als auch für meine Patreons findet ihr das Ganze ganz einfach bei Kollektionen. Und dann geht ihr auf Esebilds und da habt ihr alle Bilds, die ich hier in meinen Videos vorstelle, immer up to date als schriftliche Version zum Nachschlagen. Dementsprechend schaut ihr also gerne mal vorbei, wenn ihr an einer schriftlichen Version interessiert seid. Weiter geht es mit Set-Alternativen. Wir spielen ja jetzt hier an der Stelle schon Mechanic Blick, ein sehr starkes Crafting-Set. Ihr seid jetzt aber vielleicht neu im Spiel und wollt generell erstmal lernen, wie geht das dann alles ab, wie funktioniert das dann alles hier überhaupt. Ich habe noch keine Möglichkeiten, mir hier an dieser Stelle Schlachtrufer zu erspielen. Was gibt es da für Alternativen? Und da würde ich euch jetzt persönlich zum Beispiel das Set Alte Drachengarde empfehlen. Das kann man entweder freischalten, wenn man hier im südlichen Elsewhere eine ganze Weile gequestet hat. Oder wenn man ein Gildenmitglied hat, was Handwerksbänke im Haus zu stehen hat. Beziehungsweise, wenn man andere Spieler fragt, ob die für einen dahin teleportieren können, um das Set herzustellen. Gerne zeige ich euch das Set mal. Das ist ein sehr, sehr schön flexibles Set. Also gehen wir mal hier beispielsweise rauf, gucken uns das mal an. Alte Drachengarde. So. Die Besonderheit an diesem Set ist, dass es sehr flexibel ist. Das gibt uns an dieser Stelle hier nämlich entweder, ungefähr, wenn man es auf Gold aufwertet, 300 Magie und Waffenkraft. Wenn wir uns über 50% Leben befinden und sobald wir unter 50% Leben sinken, gibt es uns stattdessen Resistenzen. Und zwar, ich glaube auf Gold, 3.400, 3.600 Resistenzen. Ist also sehr schön flexibel, ähnlich flexibel und ähnlich effizient, wie es Schlachtrufer der Fall ist. Wichtig. Habt ihr keinen Schlachtrufer, habt ihr auch weniger oder wesentlich weniger kritische Resistenz. Da würde ich euch dann empfehlen, ein bisschen drauf zu achten. Da würde ich dann ein, zwei Teile in der Eigenschaft undurchdringlich mitnehmen. Undurchdringlich sorgt dafür, dass ihr ein bisschen weniger kritisch, dass ihr mehr kritische Resistenz habt. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was ist denn hier. Also da habt ihr dann mehr kritische Resistenz als Eigenschaft. Dafür fehlt euch dann vielleicht passgenau, beziehungsweise göttlich oder verstärkt. Also dementsprechend tauscht dann vielleicht das eine göttliche Teil, das eine verstärkt und das eine göttliche Teil und ein passgenaues Teil aus gegen Undurchdringlichkeit. Bei den Champion-Punkten könnt ihr auch noch ein bisschen was wechseln. Zeige ich euch dann gleich. Dazu kommen wir nämlich als nächstes. Die anderen Sets sind ja größtenteils relativ einfach erreichbar. Wenn ihr jetzt noch keine Fete des Todbringers habt, gar kein Thema. Spielt einfach zwei Rüstungsteile von Auszubildenden. Da bekommt ihr noch mehr maximale Magiker. Tja, ein vergleichbarer Effekt im Vergleich zur Fete des Todbringers. Also wenn ihr noch kein Mythic-Item habt, einfach ein Ring des Auszubildenden spielen. Und dann bekommt ihr hier noch den zweiten Effekt mit dem knapp 1500 Magiker. So, dann habt ihr vielleicht nicht von Anfang an Zugriff auf dieses schöne Monster-Set hier. Ist ja auch ein DLC-Monster-Set. Es gibt ein Monster-Set, was ich auch noch ganz gut finde, was allerdings ein bisschen mehr Glück getrieben ist und nicht ganz so zuverlässig. Und zwar nennt sich der Spaß... Lasst mich kurz mal nachschauen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wächter heißt das, glaube ich. Warte, ich suche es mal kurz raus. Genau. Hier ist es. Maschinenwächter ist ähnlich. Also hier wird eine Dremasphäre gespawnt, die zufällig entweder Leben wiederherstellt oder Ausdauer oder Magiker. Nicht alles gleichzeitig. Ist also nicht ganz so zuverlässig wie die Regeneration. Kommt mal aber wesentlich einfacher ran. Ist nämlich ein Teil von Dunkelschatten-Kavernen 2. Also durchaus ein relativ einfacher Grundspiel-Dungeon, auf dem man früher Zugriff drauf hat. Das könnt ihr also erstmal spielen, solange ihr keinen Zugriff auf Roxa habt. Dementsprechend also an der Stelle hier auch ganz interessant als mögliche auswechselbare Geschichte. Jetzt habt ihr eine Alternative für Schlachtrufer. Ihr habt eine Alternative für das Mythic-Item und fürs Monster-Set. Ich denke, damit seid ihr schon mal ganz gut aufgestellt. Kommen wir als nächstes zu den Champion-Punkten. Auch da möchte ich euch gleich zeigen, was ihr austauschen müsst, wenn ihr nicht mit Schlachtrufer spielt, weil ihr das vielleicht am Anfang noch nicht habt. Und halt zum Beispiel Alte Drachen gerade spielen wollt, so wie ich es euch gerade eben gezeigt habe. Ich habe mich dazu entschieden, einmal Waffenmeister mitzunehmen, denn wir machen größtenteils direkten Schaden. 6% mehr direkter Schaden ist ja schön. Dann haben wir 8% erhöhte kritische Effizienz, sowohl für Heilung als auch für Schaden. Das heißt also, die Heilung auf uns selbst, wenn die kritisch wirkt, ist stärker. Was ja durch Mechanikblick regelmäßig der Fall ist. Und auch der Schaden, den wir austeilen. Dann haben wir fokussierte Pflege, 10% mehr gewirkte Heilung auf Einzelziele. Da zählt zum Beispiel auch unsere Edrichen Speere mit dazu oder unser Beam. Die heilen uns ja passiv, wenn wir Schaden machen. Und die heilen nur uns. Gelten dementsprechend als Einzelzielheilung. Und dann habe ich hier einen Champion-Punkt, den man austauschen kann. Und zwar ungezähmte Aggression. Der gibt uns permanent 150 mehr Magie und Waffenkraft. Der Vorteil davon ist, dass sich das auf unsere Charakterwerte auswirkt und dementsprechend auch auf Heilung. Ganz anders als sonnerfüllte Schläge, die sich nur auf unsere Fertigkeiten auswirken, die Schaden machen. Dementsprechend würde ich das prinzipiell nicht empfehlen. Ich finde persönlich ungezähmte Aggression im PvP ein bisschen besser. Habt ihr jetzt keinen Zugriff auf besagtes Schlachtrufer-Set, dann nehmt ihr hier Belastbarkeit mit. Also schmeißt Aggression raus, nehmt Belastbarkeit rein, gebt euch auch sehr viel kritische Resistenz. Nicht so viel wie Schlachtrufer, aber auch viel. Als nächstes haben wir die roten Champion-Punkte. Da habe ich mehr Rüstungs-, also mehr Resistenzen. Dann habe ich Bestand durch Leiden, 150 Lebenmarker und Ausdauerregenerationen. Insofern wir unter einem negativen Effekt leiden. Ist im PvP, sobald wir im Kampf sind, in der Regel immer der Fall. Mindestens ein negativer Effekt, dass wenn wir uns reinigen, ist relativ schnell wieder einer auf uns drauf. Dazu zählt alles mögliche. Verlangsamungen, Schaden über Zeit und so weiter und so fort. Also dementsprechend kriegen wir die eigentlich immer, sobald wir im Kampf sind. Genauso wie Flucht vor Schmerz. Für jeden zweiten negativen Effekt erleiden wir 2% weniger Schaden. Das heißt, im Kampf haben wir in der Regel mindestens 6-8% weniger Schaden, die wir bekommen durch Flucht vor Schmerz. Und dann habe ich hier, und hier kann man auch wieder so ein bisschen austauschen, Überlebensinstinkt. Das macht unsere Core-Fertigkeiten günstiger. Blocken, Ausweichrollen, Freibrechen. 25%, ziemlich, ziemlich viel. Ich empfinde das als ziemlich, ziemlich stark. Man kann hier aber auch ein bisschen rum experimentieren. Spielt ihr zum Beispiel mit Wicklung der Seeschlange, was euch ja stark verlangsamt, dann würde ich über Lebensinstinkt austauschen und dafür 10% erhöhtes Lauftempo mit reinnehmen. Also auch da immer so ein bisschen gucken, was macht jetzt gerade in der Konstellation Sinn, die ich da gerade spiele. Was ich auch ein bisschen getestet habe, 200 mehr Lebens- und Marker-Regeneration, wenn wir gerade ausgebrochen sind und dementsprechend immun sind gegen Verlangsamung, Kampf- und Fähigmacheneffekte. Kann auch interessant sein. Ist auch nicht schwach. Oder alle halbe Minute eine kostenlose Ausweichrolle. Ist vergleichbar zu Überlebensinstinkt, ist halt die Frage, wir machen ja, das verringert hier alle Kosten, also auch Freibrechen, auch Blocken und das hier macht nur die Ausweichrolle alle 30 Sekunden kostenlos. Dementsprechend würde ich das hier prinzipiell als Stärke ansehen. Muss man also auch ein bisschen gucken. Also Überlebensinstinkt wäre meine allgemeine Empfehlung. Außer ihr spielt mit Wicklung der Seeschlange, dann würde ich Schnelligkeit empfehlen. Also dementsprechend da auch immer mal ein bisschen gucken und anpassen, je nachdem, was ihr für ein Bild spielt oder wie ihr diese Blaupause hier umsetzt. Kommen wir als nächstes zum Thema Mundestein, denn der ist sehr wichtig, da wir ja jetzt hier an der Stelle mit Mechanikblick spielen, spielen wir tatsächlich einen für PvP nicht immer so ganz üblichen Mundestein, und zwar den Schatten. Erhöht unsere kritische Effizienz, sowohl bei Schaden als auch im Heilung, um 12%. Ziemlich, ziemlich strong an der Stelle hier. Kann ich nur empfehlen. Beim Attribut legen wir Wert auf Leben. Also ich gucke dann hier immer, wir können ja mal in den Kampf gehen und ich kann euch ja mal zeigen, was wir so für Werte haben im Kampf, damit ihr die auch mal sehen könnt. Wir sind jetzt natürlich nicht im PvP-Gebiet, das heißt also, wir bekommen keinen Schlachtrufer. Aber hier seht ihr ganz gut, wie sich die Werte so aufbauen, ja. Na, ihr seht jetzt hier, die Werte ticken jetzt langsam hoch. Desto länger wir im Kampf sind, ist wichtig zu wissen, weil unsere zwei Sets ja darauf aufbauen, dass wir länger im Kampf sein wollen. Darum geht es ja größtenteils bei dem Setup hier. Soweit so gut erstmal. Also, ich habe darauf geachtet, dass ich bei so 25.000, 36.000 Malker bin. Was aber viel wichtiger ist, ist das Leben. Ich möchte außerhalb des Kampfes immer mindestens bei 30.000 Leben sein. Ich habe jetzt hier sogar außerhalb des Kampfes auf 32.000 Leben gesetzt, weil ich der Meinung bin, dass das insgesamt mehr bringt, ja. Lieber bin ich am Leben, mache ein bisschen weniger Schaden, habe dafür aber die Möglichkeit, aus meinen Fehlern zu lernen, als dass ich ständig tot bin. Dementsprechend, meine Empfehlung zielt so auf 31.000, 31.000, 32.000 Leben außerhalb des Kampfes und alles, was an Punkten übrig bleibt, steckt ihr dann in den Malker rein, ne. Und ihr seht hier, im Kampf sind unsere Werte wirklich sehr solide. So sieht das dann jetzt hier halt aus. Also, wir haben jetzt hier 35.000 Leben, sehr, sehr viel, könnte man sogar vielleicht ein bisschen runtergehen und 36.000 maximale Malker. Verwandeln wir uns jetzt in den Vampir. Dann erhöht sich das ja sogar nochmal, ne. Also, dann haben wir, wie ihr hier seht, 36.000 Malker, 46.000 Leben, 29.000 Ausdauer. Also, wirklich richtig, richtig stronge Werte. Mit Trank sind wir auch bei guter Regeneration unterwegs. Also, da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Macht richtig Bock, ne, wenn wir jetzt hier unsere ganzen, wenn wir jetzt hier unsere ganzen Buffs noch ausfahren. Dann sind wir auch regelmäßig hier bei guten Werten, ne. Also, dementsprechend, da kann man schon sehr viel Spaß mit machen. Da kann man schon sehr viel Spaß mit haben. Im PvP kommt ja dann auch nochmal die kritische Resistenz und 300 Magien Waffenschaden von Schlachtrufer obendrauf. Da steigen die Werte dann also nochmal zusätzlich, ne. Unsere Resistenzen habt ihr auch gesehen. Die sind auch ziemlich solide, ne. Also, da sind wir wirklich ganz gut unterwegs. Ich zumindest bin damit sehr zufrieden. Mit dem Makynring hättet ihr dann nochmal 33.000 Resistenzen und 32.000 Resistenzen. Hättet nochmal 200 Magie und Waffenkraft mehr. Ich glaube persönlich, dass das nicht gleichwertig ist zur Fete des Todbringers. Dafür wirkt der Makynring ja gleich von Anfang an des Kampfbeginns. Kann dementsprechend auch sinnvoll sein. Der Grund, warum ich so geile Regenerationswerte habe, ist mein Buff Food. Die meisten verwenden da die goldene Variante. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Orzogas. Schreib es mir mal in die Kommentare. Orzogas festlicher Schweinebrat. Ne, es gibt noch eine goldene Variante. Ich sehe es nicht ein. Wir spielen Vampir. Wir brauchen also keine Lebensregeneration. Dementsprechend spiele ich vom Narrenfest, dem April-Event, das Narrenjuwel. Gibt mir fast genau die gleichen Werte. Also 4.000 Leben, das Wichtige. Und 360 Markern aus der Orientation. Aufgerundet. Also super, super strong. Macht für mich viel mehr Sinn als die goldene Variante, für die man ja auch noch perfekten Drogen braucht. Also das goldene Buff Food hiervon ist sehr, sehr teuer. Narrenjuwel ist sehr viel leistbarer. Ja, deswegen spielt einfach Narrenjuwel. Macht plus minus so gut wie kein Unterschied. Also dementsprechend definitiv hier meine Empfehlung beim Narrenjuwel. Bei den Tränken würde ich ein bisschen situativ gucken, was ihr braucht. Wir haben jetzt hier in der Skill-Kombination keine 20% Magiekraft dabei. Deswegen müssen wir das über die Tränke abdecken. Auch die kritische Wahrscheinlichkeit ist nice to have. Kriegen wir aber eigentlich schon über unsere Speere. Wenn ihr jetzt mit Degeneration den Magier-Gillen-Skill spielt, dann könnt ihr hier mal so ein bisschen wechseln. Das heißt also, ihr könntet hier zum Beispiel Tränke mitnehmen, die euch für einen kurzen Zeitpunkt immun machen, gegen Kampf umfähig machen Effekte. Ihr könntet die sogenannten Tree-Stat-Pots spielen, die habe ich gerade gar nicht dabei, die euch Leben, Malka und Ausdauer wiederherstellen und alle drei Regenerationen erhöhen. Ich habe jetzt hier beispielsweise noch manchmal sowas mit dabei, weil ich das auch ganz lustig finde. Das können auch, was auch sinnvoll sein kann, muss ich mir mal wieder neue herstellen. Tränke, die Gegner aufdecken, also auch solche Geschichten oder die eure Aufmerksamkeit des Charakters verbessern. Auch solche Sachen, vor allem gegen Nachtlingen, sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall. Unsichtbarkeitstränke, kann auch manchmal Sinn machen. Also da muss man wirklich schauen. Ich spiele meistens mit der Essenz der Magiekraft, weil ich halt eben nicht die 20% Magiekraft über meine Skills bekomme. Dementsprechend haben wir da gar nicht so viel Wahl, ehrlich gesagt. So viel Wahl habt ihr auch beim Volk dann aber, da habt ihr dann wesentlich mehr Auswahl. Ich spiele jetzt hier persönlich gerne den Hochelfen. Er sorgt dafür, dass wir 5% weniger Schaden bekommen, wenn wir Fertigkeiten mit einer Durchführungszeit ausführen. Das ist ja zum Beispiel hier beim durchschlagenden Schwung und auch beim Beam der Fall. Da kriegen wir dann also 5% weniger Schaden. Des Weiteren bekommen wir bei Maximale Malka, Magie und Waffenkraft. Ihr könnt auch beispielsweise einen Ork nehmen. Da habt ihr nochmal erhöhtes Lauftempo. Kann Sinn machen, wenn ihr Wicklung der Seeschlange spielen wollt. Ihr könnt auch einen Breton nehmen oder einen Nord. Da habt ihr nochmal ein bisschen mehr Defensive, mehr Ressourcemanagement, mehr ultimative Kraft, die ihr bekommt. Also da gibt es beim PvP ganz viele Wahrscheinlichkeiten. Aber ehrlich gesagt, das Volk ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Da müsst ihr wirklich nicht die eine Sache spielen. Da könnt ihr wirklich ein bisschen nach eigener Präferenz gehen. Macht einen relativ kleinen Unterschied. Dementsprechend tobt euch da aus. Ich würde empfehlen Hochelf, Ork oder Nord. Ihr könnt aber auch alles andere spielen. Macht wirklich keinen großen Unterschied beim Volk an der Stelle hier. Was allerdings schon einen großen Unterschied macht, ist die Reihenfolge, wie ihr diese ganze Geschichte jetzt hier aufbaut. Dementsprechend schaut euch auf jeden Fall auch nochmal diesen allgemeinen PvP-Guide hier an. Ihr habt jetzt hier erfahren, wie ihr diesen Bild hier spielt. Aber es gibt auch noch viele allgemeine Tipps, die sich auf alle Klassen beziehen. Es gibt viele Tipps, die man im PvP mitnehmen sollte. Die habe ich alle für euch in diesem Video hier zusammengefasst. Damit ihr das Bild jetzt hier gut nutzen könnt, um das Ganze auch umzusetzen. Schaut euch das Video auf jeden Fall als nächstes an. Schaut euch das Video auf jeden Fall als nächstes an. Schaut euch das Video auf jeden Fall als nächstes an. Schaut euch das Video auf jeden Fall als nächstes an. Schaut euch das Video auf jeden Fall als nächstes an. Schaut euch das Video auf jeden Fall als nächstes an. Schaut euch das Video auf jeden Fall als nächstes an. Schaut euch das Video auf jeden Fall als nächstes an. Vielen Dank.